Das internationale Franchise-System Greenline Clean bietet wassersparende und umweltfreundliche Autopflege. Die innovative Technologie verbraucht nur ein Liter Wasser pro Auto anstatt 140 wie konventionelle Methoden. Auch die Reinigungsmittel sind zu 99 Prozent biologisch abbaubar. Als Franchise-Partner von Greenline Clean kannst du also einen Beitrag zu ökologischer Nachhaltigkeit leisten. Du kannst die Reinigung sowohl mobil als auch stationär anbieten. Dabei wirst du im Vertrieb tätig sein und ebenso Privatkunden wie Geschäftskunden bedienen. Die Franchise-Zentrale hilft dir, sogar Großkunden wie regionale Autohäuser zu gewinnen. Gleich zu Beginn kannst du zwischen verschiedenen Startpaketen wählen, damit es für dich sofort losgehen kann. Klingt das spannend? Dann klicke jetzt hier für mehr Infos.